Was ist los? Ja, ich bin Giorgio und das ist mein Lieblingsitaliener, ich bin eigentlich aus Köln, aber ich habe ein Faible für Italien, für die italienische Küche, für die italienischen Frauen und ja, ich möchte euch dieses Geschäft empfehlen und euch heute näher bringen. Schauen wir es uns mal an. Es ist schade, dass es kein Duftfernsehen gibt, sonst würden Sie jetzt auch, wie ich, diesen wunderbaren Prosciutto, den Kaffee und die Pasta riechen. Ich glaube, ich kriege Hunger. Das ist Nicola de Petris, der Betreiber dieses Restaurants, Ladens, man weiß ja gar nicht, ein wirkliches Paradies. Was kann man hier alles machen? Was können Sie machen? Sie können bei uns gerne Frühstück am Frühjahrmorgen mit Cornetti und Antifasti und Käse, natürlich ein Aufschnitt aus Italien. Frankreich und ein bisschen Spanien auch noch dazu. Was können Sie bei uns? Mittagessen, Mittagstisch gibt es bei uns, sechs, sieben verschiedene Nudelgerichte, Salat, ein bisschen Pisch und ein bisschen Fleisch. Und kochst du das selbst, Nico? Ja, leider alles selber. Viel Arbeit, ne? Viel Arbeit. Aber mit dem Herzen, ja? Ja, gerne. Ein Vitello Tonato, ein Carpaccio und verschiedene Gemüse. Danach die Plasagna, Gnocchi Quattro Formaggi und die Tortellini Panne Prosciutto. Und dann schließlich ein lecker Panna Cotta mit Tiramisu und frischen Beeren. Buon Appetito. Wo sind zum Beispiel deine Schinken her? Ah, Broschut, ja, natürliche Parmaschinken aus San Daniela, eine aus Cinta Sinise aus Toskana natürlich, einmal Norcinetto da aus Nordscha, 1000 Meter gelegen, wird nur mit Teichen gefüttert. Die sind ein bisschen fettig, aber sehr, sehr, sehr lecker, nussig. Ja, und dann die ganze Salami-Palette, die mindestens 30, 40 verschiedene Salami. Abruzzese, Pugliese, Canosa mit Fenchel, mit Peperoncino und alles. Und hier gibt es auch, sehe ich, Gignali, Wildschweinwurst, ja? Ja, Gignali, sì. Ich halte dich jetzt einfach mal an. Du hast ja viel gekauft. Darf ich fragen, wo du herkommst? Aus Düren. Aus Düren? Kommst du hier ins Los Vizio einkaufen? Darf ich nach dem Grund fragen? Ja, die Qualität. Aha. Also ich kaufe hier sehr gerne ein. Erstmal die Atmosphäre hier gefällt mir sehr gut. Das ist so wie ein kleines Stückchen Urlaub. Und ich kann hier die Qualität an Lebensmittel kaufen, die ich in Italien halt schätze. Ich habe sonst wenig Gelegenheit, in dieser Qualität einzukaufen. Daher komme ich gerne hierher. Die Leute sind sehr freundlich, die Atmosphäre stimmt. Ja, ich bekomme das, was ich brauche. Leider ist mein Glas noch leer, aber das füllt sich später. Denn heute gibt es Programm. Eine wunderschöne Tafel wird schon vorbereitet. Heute ist Papiertheater hier angesagt. Es gibt ab und zu mal Programme hier im Los Vizio, aber bitte immer nur mit Vorbobo. Das ist mal dein Leben. Das ist ein dissert stayinges Leben. Das ist schaffet. Das ist ein bisschen furtherbe Petter auf.